Wir sind hier in Bludenz in einer Schreinerei und drehen heute den Werbefilm für den Easy-Stick. Mein Name ist Franz H., ich bin Projektleiter in der Kommunikationsabteilung und bin verantwortlich für die Vermarktungsmaßnahmen bei uns und vor allem für das Produkt Easy-Stick. Also der Easy-Stick ist ein neues, werkzeugloses Anschlagsystem für unsere Bohr- und Beschlagsitzmaschinen, für die Mini-Press-P und Mini-Press-Bo, die unseren Verarbeitern die Arbeit wesentlich unterstützen. Es ist nicht nur leicht umrüstbar, es ist auch effizient, es ist sehr genau, also man kann damit fehlerlos arbeiten und wie gesagt sehr erleichtern den Arbeitsalltag unserer Verarbeiter. Filme gehören zu unseren Repertoire der Vermarktungsmaßnahmen. Vor allem ist es wichtig beim Film, dass wir genaue Abläufe eigentlich präsentieren können und somit den Verarbeitern genau zeigen können, welche Vorteile sie mit unseren Produkten haben. Wir arbeiten grundsätzlich beim Videodreh auch mit professionellen Models. Heute ist es anders, heute haben wir Markus König am Set als Model, als Tischler-Model. Markus ist ein Mitglied des Projektteams von Easy-Stick, kennt sich somit perfekt aus mit dem Easy-Stick und weiß, wie er welche Handgriffe machen muss. Wir sind bekannt für unsere hochwertigen Produkte, Qualität steht bei uns an oberster Stelle, deswegen möchten wir unsere Produkte auch dementsprechend präsentieren. Deswegen betreiben wir auch heute einen sehr enormen Aufwand, um den Easy-Stick ins rechtere Licht zu rücken.